Du bist doch von Niche of Legends, Jaina, oder? Ja, genau, Tempest Jaina. Alter, halt einfach dein Maul. Chat, ich will nichts hören. Ich will nichts hören, Chat. Ich will nichts hören jetzt. Ihr seid echt unmöglich heute. Man kann sich nirgends mit euch blicken lassen. Dünner Blassermann spendet ein Euro. Bist du nicht dieser Gregis von Ledge of Legends? Alter, dein Maul. Kannst du mir ein Bier zarten? Alter, dein Maul, du Ekelhafter. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig.